Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe meine Ohren wieder hingekriegt, also sie waren verstopft mit Schmalzsteinen und jetzt fühle ich mich ganz anders, ich muss mich ein bisschen gewöhnen wieder an diese schöne Zeit des Hörns, bis sie wieder verschmutzt werden. Das ist nur ein bisschen kack, aber ja, es geht weiter hier in Champions of Regnum. Und wir gehen jetzt mal hier runter und leveln irgendwo bei blauen Gegnern. Ich habe jetzt ein paar Reisquests noch gemacht, habe ein bisschen bekommen, aber ich habe einfach Lust, jetzt mal ein bisschen Items zu finden oder so. Aber scheinbar sind hier alle orange, wirklich alles. Hier haben wir wenigstens einen Schatz, nehmen wir mal auf. Ja, die Ohren sind noch nicht ganz sauber, ich höre alles so in einem Hohlton, meine ganze Stimme. Immerhin höre ich das Game gut, also es ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, leider. Hm, hier gibt es gelbe Beeren, aber irgendwie sind die Beschwörungen gerade sehr schlecht. Ähm, ist nicht so gut, wenn man hier bei gelben leveln muss. Bisschen schwächer dafür, mehr Gegner besiegen, mehr Loot bekommen. Führe mich recht schwach momentan. Das müssen wir ändern. Ja. Außerdem war ich bei einer Invasion, die extrem schief gelaufen ist, weil alles natürlich immer ins Kreuzfeuer der Hexer gehen muss. Und kein Beschwör da war. Ja, hätte ich ein Beschwör auf level 48 oder höher, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber natürlich haben die null Ahnung von Game. Machen alles kaputt. Also, Fällen hat die ganze Zeit in Zonen, macht es keinen Spass aufzunehmen, habe ich nicht aufgenommen. Na gut. Und ich hatte wieder bugt, dass ich nicht angreifen konnte. Irgendwie ist der Lamei wahrscheinlich verbuggt. Das hatte ich sonst nie bei einem Menschen. Ich hatte immer, ähm, den Menschen genommen bei Ignis und bei Sirtis. Und, glaube ich, damals was. Damals habe ich auch einen Nordos genommen, ja, einen Menschen. Also, ähm, irgendwie ist da etwas kaputt. Keine Ahnung, weil es so klein ist oder... Auch die Pferde sind ein bisschen kaputt. Die müssen wir mal schauen, wenn ich jetzt nach oben gehe. Kann man hier hoch... Ich glaube, da hat jemand eine Physik nicht verstanden. Tja. Aber es ist natürlich ein minimales Studio, das nicht mal die kleinsten, winzigsten Bugs rauspatchen kann. Ist einfach nur, ja, schlecht imstande, irgendwas zu heilen in diesem Game. Also, richtig, etwas zu bug fixen oder so. Die haben null Ahnung. Ich würde die übernehmen und dann alles perfekt machen. Müsste ja nicht mal irgendwie 100 Euro, die sind ja nicht mehr wert. Nein, ich muss natürlich die Lizenzen und das Spiel alles kaufen und das ist sehr toll. Das habe ich eventuell nicht mal auf meinem Konto, das schon lange zu ist. Hm. Ich bin wahrscheinlich der reichste Mensch in meinem Dorf, aber weiß es nicht, weil ich keine Informationen bekomme. Naja, jetzt machen wir mal ein bisschen vorwärts. Ich habe meinem Vater, meiner Schwester gesagt, sie sollen mal ein bisschen mir helfen. Und dann geht das los. Schlechte Sache, hä? Wenn so Leute, die sich so edel fühlen, nur zweimal pro Woche arbeiten für einen Nachmittag und dann meinen sie so, ja, sie müssen nichts machen oder gar nichts. Also wirklich, fühlt man sich richtig verarscht als Unschuldiger, sozusagen. Man ist ja unschuldig, weil man ja nichts machen kann. nicht gerade sehr, ähm... Oh, ich habe den falschen Asken eingesetzt. Komm, meine Schätzchen, greif diesen Albino Bär an. Oh, ich habe den Schäf vergessen zu nehmen. Ja, ich wollte den Spielern ein bisschen helfen. Und das habe ich jetzt davon. Los. Aber nicht sterben, hä? Das ist zu wenig Leben. Was ist jetzt eigentlich mehr Damage? Nein. Ich muss den als einsetzen, wenn ich eine Beschwörung habe. Oh, 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 oh. Was machst du jetzt? Hä? Habt ihr das gesehen? Jaja, Rednum ist immer wieder zu für ein kleines Wunder zuständig. Ein Wunder der Negativität. Aha, und das ist auch Buggy. Okay, und das ist auch Buggy. Ach so. Verstehe. Wenn diese Abklingzeit-Animation nicht angezeigt wird. Ist natürlich nicht gut. Ich kann nichts ansetzen. Ich lebe es einfach. So richtig fett Buggy. So ein Game zu spielen, dass er richtig Buggy ist. Ja, es ist leider so, wenn man, je mehr man spielt, desto mehr Buggy erkennt man. Wenn man jetzt wenig spielt oder, ja, einfach die Freude daran hat und so, dann merkt man die Buggy fast gar nicht. Aber es ist natürlich mal wahr. Es ist einfach viel zu oft vorkommen der Bugsy. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, diese Ding bringen überhaupt nichts. Der Gefängste. Los, Zombies. Ist ja zu weit entfernt. Hat das auch eine minimale Reichweite? Ist ja blöd. Ist alles irgendwie beim WZ genervt worden, weil die Zombies die ganze Zeit herumgerannt sind oder was. Hat alles irgendwie keinen Sinn mit dem Balancing. Na gut. Diese Einschränkung geht mir gar nicht. Und wieso ist die Schrift rot, die Zahl? Komisch. So, rot ist der Gegner. Also ist dieser Magdschuss Gegner. Arkanerschuss. Wie heisst er? Ja. Arkanersgeschoss. Stirb. Was ist es? So, ich bin immer noch ein bisschen gerötet. Macht weh. Aua. Dass der Schmalz irgendwie überhaupt so trocken merken kann im Ohr. Ich dachte, da sei eine neue Dimension da drin. Da geht doch gar kein Ohrenschmalz hinein. Da haben wir noch ein. Die heutige Jugend gibt immer so an. Ja, sie können viel lernen und so weiter. Aber haben nichts gelernt über irgendwie Haushalt zum Beispiel. Oder einfach das Wissen, das man halt auch braucht im Leben. Sie können irgendwie alle Atome und so Sachen, alles mögliche. Das habe ich nie gelernt. Vor 20 Jahren war die Schule ganz anders. Und jetzt lernen die so richtig komische Sachen und fühlen sich dazu extrem intelligent. Und kommen aber beim Haushalt nichts mit. Gar nichts, machen nichts, sind faul, alles mögliche. Finde ich ein bisschen schade. Aber natürlich ist das auch eine Schuld der Schule. Es ist ja nicht eure Schuld, die jetzt noch jünger sind als 16. Denn es ist die Schuld der Allgemeinheit, der Politiker vor allem und der Schuld der Direktoren. Einfach frage ich meistens Sachen und die wissen nur Bahnhof. Ich bin jetzt viel mit Leuten unterwegs und hier auf meinem Minecraft-Server hier im Clan sind halt viele, die verstehen keinen schwarzen Humor, nix. Das ist doch wichtig, wenn man mehr in einem Clan ist. Da muss man schwarze Humor-Sachen einfach verstehen können. Und nicht immer fragen, höh, was meinst du damit? Das ist kein schwarzer Humor mehr. Man muss doch einfach ein bisschen denken, bevor man fragt. Einfach fragen. Nützt doch nichts. Habt ihr das gesehen? Glieds Stimmen wieder zurück. Ja. Aber natürlich. Muss man halt mit dem leben. Juhu. Jetzt geben wir alle Quests mal abgeben hier unten. Ah, Flamme. Der Ahn. 80. Hm. Das ist wenig, hä? Ja, Verfassung, komm. Sonnwullsit. Hm. Okay, wenn da nichts spawnt, brauchen wir es auch nicht. Gut. Hier drinnen. Nein, da oben irgendwo. Ah, das ist einfach das Gebiet hier. Okay. Hm. Da drinnen, da oben, okay. Und dann hier beim Alchemist. Gut. Hm. Level Up. So schnell ich das Schildskillen... Ab. Ach komm, hey, du Scheißpferd. Es ist immer ein paar Millimeter zu fett. Ich bin auch unbedingt ein anderes Reit hier, aber ich will irgendwie, ähm, Level 46, ja, bis 48 werden. Und dann auch ein Dropbooster kaufen, der wahrscheinlich auch nicht nur eine Stunde geht, sondern einen Tag. Und die haben es schon wieder falsch geschrieben. Naja. 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 Es ist viel, ja, falsch geschrieben. Leider. So, jetzt nehmen wir die Quest hier oben noch an. Gehen da runter. Ah, du überlebst den Sprung, hä? Also. Wo ist das Schild? Okay. Okay. Dann haben wir hier einen. Dann haben wir hier einen. Eigentlich schon Beschwörung, aber es ist nur magische Rüstung. Und Level 4 ist... Ist das Level 4 dann? Dann nehmen wir schon das, oder? Nein, Stab ist eben überhaupt nichts. Das nehmen wir. Haben schon wieder das Level ausgespielt. Ha, die EP-Sachen, also die Punkte, sind weg. So, jetzt gehen wir nach oben. Dieser Leuchtturm. Ja, ähm, ich komm nicht hoch. Ich hab kein Platsymptom. Ich bin zu fett. Oh, das Pferd ist auch zu fett. Okay. Auf das Pferd, bitte. Und schauen, wohin. Wir gehen mit... So ein Sackblöder. Ein Schwert. Müssen wir da wieder reinziehen. Hm. Haben wir nicht zwei Schwerter gehabt? Nein. Ein Schlösser durch. Haben wir noch. Okay. Also scheinbar ist jetzt die Quest. Mit dem Halo irgendwo, aber ich find sie nicht. Soll ich beim Chef in Birke sein. Hm. Ah, dort hinten. Immer dieser blöde Soldat dort hinten. Irgendwie ist Alessus momentan ein bisschen... äh, Kamikaze-artig. Und die Ligen sind ein bisschen zurückgezogen. Die Syrten sind irgendwie überhaupt nicht da. Okay. Komisch heute. Also, Aracanerfeuerstab. Mittel 21, 23, 30. Nicht so gut. Ich hab ja am besseren. Ein bisschen Kid kann ich verzichten, hm. Ich wähl den Schnellen. Oh je. Die Quest sind noch nicht fertig in diesem Monstrum-Dorf. Der Unübersichtlichkeit. Also, da ist, äh, Firenth ist viel besser. Hm. Da oben. Sonst weiß ich nicht wohin. Ja. Eine Liste. Und da wieder nach hinten. Okay. Komm mal ein bisschen nach vorne, du blöder Soldat. Elite-Wächter. Hm. Er ist Elite-Wächter und macht so einen blöden... Ausdruck. Indem er da hinten ist. Okay, Obstall. Gehen wir nach Obstall. Ich hab keinen Bock jetzt... zu schlachten dort unten. So ist er ein bisschen weiter leveln können. Ohne Quest zu machen. Hm. Jetzt muss ich noch schauen. Äh, was wollte ich? Denn, ähm... Die Treffeschance hat der Stab nicht, oder was? Kritische Chance, äh? Angriff ist ja... Der Angriff schadet noch nicht. Der Angriff wie bei einem Action-Launch-Spiel. Hm. Naja. Nein, nein, das ist... Das muss ich in den Part hier stellen. Hm. Ähm. Ähm, ausruhen, genau. So. Okay. Und jetzt... Hopp, statt. Komm. Also scheinbar haben... ...die immer den... Ich hab gefragt, ob sie eine Fail-Einwahl nochmals machen wollen. Hm. Und scheinbar haben sie es machen wollen, aber haben natürlich alle Forts gleich wieder verloren. Pech. Die können einfach nicht warten. Da machen sie so Faces, also... Sie gehen fort rein und sterben sofort. Oder sie gehen zur... Mauer und sterben sofort. Irgendwie total unnötig. Ich meiste auch nicht. Vielleicht sind die einfach so ein bisschen angezweifelt und wollen... ...sie nicht wahrhaben... ...dass, ähm... ...halt Eisjus nicht vorwärtskommt und dann wollen sie natürlich probieren, den Stein zu holen... ...von Nicken, damit sie zwei haben und dafür sieht es die anderen vier. Hm. Irgendwie komisch. Also... Ja. Es macht halt nicht so viel Spaß, wenn die irgendwie so komisch... Wenn die einfach mal ein bisschen zusammenhalten würden, dann würde ich auch bessere Aufnahmen machen können. Alles mögliche, aber nö. Nichts. Boah. Wieso ist es einem so hässlich, ähm... ...kalt immer und man ist erkältet und boah. Jetzt habe ich doch erst eine Grippe gehabt und jetzt bin ich schon wieder erkältet, habe überall Entzündungen. Muss deshalb mehrmals trinken in einer Aufnahme. Tut mir leid, wenn es euch stört. Aber... ...der ganze Hals glüht. Und hört sich irgendwie auch komisch an, jetzt wegen dem Ohren. Ob das ist nur wegen dem Ohren? Hm. Ich hoffe es jedenfalls, dass im Video nicht so ein Gebrumme ist. Dass das nur meine Ohren sind, die halt noch Wasser drin haben und... ...weiss auch nicht, was noch drin ist. Auf jeden Fall Haare oder so etwas habe ich noch drin. Hm. Und das hat jetzt jeder Mensch so ein bisschen... ...also so... ...so Flaum. Ja, noch nicht ganz rein, aber... ...außen. Hm. Stört mich einfach. Okay. Hauptsache das Trommelfeld ist genug gut. Also... ...es ist eigentlich prima. ...hat er gesagt. Weil... ...ich habe immer so ein Problem gefühlt. Da dachte ich immer, der steinhart das Trommelfeld angeknipst. Und... ...ich würde bald noch schwer loswerden oder was auch immer. Schwerhörig. Naja. Man hat immer so Probleme, wenn man... ...irgendwie eine Krankheit hat, hat man tausende Krankheiten irgendwie. ...die einfach ein bisschen nerven. Aber im Internet werden irgendwie die... ...kranken Leute zu sehr... ...vernachlästigt und ignoriert und so Sachen. Finde ich ein bisschen schade. Es werden eigentlich nur denen geholfen, die... ...lega... ...legalistiker oder wie die heissen. ...die einfach nicht schreiben können. Oder denen, die psychische Probleme haben. Es sollte mal ein bisschen... ...alleim geholfen werden, die einfach Problemchen haben. Aber wenn ich ihnen schreibe, ich bin krank, dann schreiben sie... ...aha. Und dann ist es fertig. Und... ...die wissen gar nicht, wie schwer krank ich bin wahrscheinlich. Ich muss einfach keine Ahnung haben... ...von den Hormonen, von der... ...Autoimmun-Krankheit... ...also den Autoimmun-Krankheiten... ...und so weiter. Ist ein bisschen schade. Na gut, muss ich halt auch einen Namen machen. Und das ist es. Auf jeden Fall werde ich dafür auch ein bisschen kämpfen. Und nebenbei eben hart trainieren, Sport. Ich werde jetzt... ...videos hochladen und dann wieder hart trainieren. Bis um 17 Uhr der Livestream anfängt. Und ja. Ich schaue dann morgen, dass ich viel aufnehme. Damit ihr Videos habt. All zwei Tage vielleicht gut aufnehme. Und dann einfach die wichtigsten Videos uploaden. Und die anderen dann einen Tag herauszögern. Jo. Und wenige Projekte wieder machen. Ich habe einfach mal so ein paar... ...Games ange- ...let's-played, die... ...wie gut sie ankommen. Und manche bringe ich ja... ...relativ selten nur noch. Die habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen... ...halten lassen. Und ja. Ich muss dann schauen. Entweder mache ich sie fertig. Oder ich... ...ähm... ...breche sie ab. Leider. Aber es bringt halt nicht so viel, wenn... ...leute nur vier, fünf Mal schauen. Und dafür regnen um 60 Mal oder höher. Das ist ein grosser Unterschied. Dann möchte ich schon natürlich regnen um... ...ähm... ...let's-playen, oder? Auch mehr. Aber das bringe ich ja jeden Tag im Live-Steam. Gestern... ...am Mittwoch... ...konnte ich wegen den Ohren nicht. Ich habe gar nichts gehört. Ich hatte so eine... ...ein Öl drin, das alles verstopfte. Weil es auflöste. So ein bisschen. Ganz wenig und... Ja, deshalb konnte ich nicht. Ich kann ja nicht gut reden, wenn ich nichts höre. Beziehungsweise ganz hohl höre. Meine Stimme. So. Also. Ich beende hier diesen Part. Und wir sehen uns. Dann eventuell im nächsten Part wieder. Oder im Livestream. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne einschalten. Auf jeden Fall. Bis... ...einmal. Tschüss.